Du krachst mich ein bisschen. Das klingt aber jetzt sowas von verlogen von dem, was du mir gerade eben alles angetan hast. Du musst mich aus Alpgrund tiefer Seele hassen. Wie ich dich fast. Aber nur fast. Kraxler, schön. Süße Mädchen kann man nicht wirklich hassen. Habtab, Nachteil und Vorteil. Ich weiß zwar nicht jetzt, welche Fähigkeit ich bekommen habe, ist mir jetzt auch relativ egal. Ich muss zu meinem Freund Wazuk. Eigentlich zu meinem Rivalen Wazuk, aber es soll mir recht sein. Ich will jetzt auch zum Seher und wissen, was da passiert ist. Haben sie dort eine Bombe gezündet, wie am ersten See? Oder einfach nichts gemacht, wie beim zweiten See? Okay, dann mal auf die Plätze. Fertig. Los. Bam, 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 batsch, batsch, batsch. Oh, fast Wiese, egal. Okay, vorbei. Hm, 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 hm. Oh, ganz, ganz tiefer Schnee. Okay, gut. Beim nächsten Mal sollte ich gucken, ob ich überhaupt eine Bombe habe, was Kraxler beherrscht. Bitte, bitte, mach doch, ich eins habe. Jetzt reißt es mir aber langsam. Hm, was? Biss, Erdbeben, Rasierblatt. Oh, die hat ja noch gar nichts. Ne, die hat noch gar nichts zum Loswerden. Okay, Rasierblatt, Erdbeben, Mega-Sauger, Biss. Kraxler hat 90, das passt. Ist noch ein Unlichtantakt gelernt, schön, aber ansonsten kann ich hier alten Kraxler beibringen. Ihm. Nienering ist ein Mädchenname für einen jungen Pokémon. Aber es ist ja sowieso keine großen Unterschiede gibt. Oh. Uh, damit kommt der Lichter von Team Galactica. Uh, bist schon fertig, deine Pokémon sind schwach. Haha. So, ah, See retten. Pokémon-Shed. Haha, dein Ichlache. Gut, ich verschwinde jetzt nach Schleiende zum Hauptquartier. Ah, dich kenne ich doch. Du hast mich doch schon mal vermöbelt. Gut. Zum Wohle aller. Ich werde dich in Ruhe lassen. Wenn du doch kommst. Im Hauptquartier können wir uns prügeln. Ist ein Schleiende. Okay. Danke für die Wegbeschreibung. Punkt, Punkt. Ja, ja, ich weiß. Ich kann nichts gegen sie ausrichten. Selve. Ein leidendes Pokémon. Ich werde stärker. Es geht nicht um Gewinnen und Verlieren. Ich muss stärker werden, um sie zu besiegen und zu gewinnen und Pokémon-Champ zu werden. Okay. Bye-bye. Was? Das für mich heißt, raus aus dem Gebiet und ohne Kampf, ohne irgendwas zwischendrin zu haben. Na los, komm schon. Erinnere dich, wo du fliegen hast. Nach Schleiende. Schleiende. Hier. Die Stadt mit dem... Na mal. Ist das die Stadt mit dem Casino? Vorher gesagt, es gibt ein Casino. Auf jeden Fall ist es die Stadt mit dem großen Eintagkaufsturm. Brucken und Wagen gehalt. Kann ich doch unten sehen. Okay, halb Kraxler-Item herhaben will. Hab, hab. Hoch, hoch, hoch. Wuhu. Bomm. Und Lahmrauch. Lahm. Ich muss mir nur jetzt überlegen, wie ich nochmal... Wie ich da überhaupt reinkomme. Wie komme ich in die... Einfach mal Hintereingang probieren. Wird schon klappen. Habt ihr ja schon mal ein paar Leute vermildet, um reinzukommen. Auf gehen. Schlüssel okay. Hier nix spezieller. Schlüssel okay. Dein Nebenhaupteingang. Mit Pauken und Trompeten durch den Haupteingang sturm und ein paar Leute zerfklappen. Und ihre Pokémon gleich mit dazu. Hallo. Ha, schau dir die Antenne an. Ich weiß nicht, wofür sie ist, aber ein will. Hey, du bist es. Ich werde dann alles sich nicht an mich. Die haben sie Pipi weggenommen. Ah, jetzt muss ich nach Hause. Hier. Ich weiß nichts von einem Lagerschlüssel. Halt. L-Schlüssel? Dich brauche ich nicht. Ja, habe ich bei mir. Hier. Ha. Jetzt gibt er mir, wenn ich gerade richtig gelesen habe, den... Lagerschlüssel, oder? Oder? Okay. Ich soll im Lager auf ihn warten. Und sag los, mit dem darf ich jetzt auch noch da rein. Mit diesem Agenten, der sich bei jedem Kleinkind vorstellt. Als Agent. Ah, geht. Hallo. Hallo. Ich habe dich warten. Blablabla. Klack, klack. Tür offen. Juhu. Rein da. Ich soll mich nicht in Gefahr bringen. Lern du erstmal Heimlichtuherei. Fensterne ist Stein und Licht unbrauchbar. Hallo. Bapp, bapp. Wäre sowieso neu, dass Trainer, die normal durch die Gegend laufen, auch kämpfen würden. Also random durch die Gegend. Das gibt es nicht. Nicht in Pokémon und... Bum, 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 team Galactica. Ich darf euch in den Halter treten, in den Hintern. haben dann weil sie mich ganz schlecht ganz riesig Ganz, ich hasse dich. Kein Risiko. Eine Eier. Oh. Nicht vergiftet? Gut. Eier war's. Das immer. Bäm. Stürbst du? Danke. Äh, war nur eins? Per Eier auch. Wenn ihr schon Pokémon klaut, dann klaut gefälscht viele und nicht nur eins. Irgendwas muss ich jetzt doch trainieren, oder? Mittlerweile rennt ihr auch schon mit 40 rum. Daher gehe ich beim nächsten Haupttrainer einfach mal von 46 und höher aus. Babababam, dadadadam. Und du ist da. Na, 300 Sekunden raten, was effektiv ist. Bäm. Na, Hundi, hast du keine Chance mehr, oder? Heißt das vielleicht jetzt Hunduster oder Hunduster? Auch wenn dich Hunduster geschissen anhört. Kennen wir jemanden, der behauptet, dass das Hunduster hier heißt? Ich glaube ja, ich weiß nicht, dass das Hunduster ist. Und dass das Hund nur zufällig ist. Obwohl, wie ist der englische Name? Da weiß ich, ob es zufällig ist. Hm. Bambababam, dam, 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 dam. Durch gehabt, Kamox. Du tot, ich leben, Erfragungspunkte haben will. 916. Gelernt? Nichts? Okay, weiter. Wollen wir mal, er hat das vier eigentlich von alleine eiszahn? Ich weiß nicht, wie die Teleporter verbunden sind. Oh, typisch Teleporter. Hallo. Ach, Galactica vermöbeln, Galactica vermöbeln. Charmea, Charmea. Oh, weit verprögel ich dich, Charmea. Bad. 41, das heißt, es ist ja jetzt nur eins dabei. Was mit einem Treffer kaputt ist. Interessant, amüsant. Da fängt es ja mit der nächsten Folge mit Teleporter an.